Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Ich bin soeben in Womachti gestartet, ich habe heute eine Bergtour, gehe zuerst rauf und dann wieder runter, hier nach Womachti, also einen Rundweg laufen. So, zuerst geht es jetzt richtig Schloss hoch. Ich habe schon ein sehr gutes Morgentraining, hier diese lange Treppe hoch. Ziemlich mühsam, ich muss noch so einen Zwischentritt machen. Aber jetzt, da oben, das Schloss. Rundweg im Wanderfreund im Wanderfreund. Da oben, da oben, da oben. Da oben, da oben, da oben. Musik 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 Ich bin nämlich jetzt beim Schloss oben Das ist ein ziemlich grosses Schloss Verstand Das ist Hier das Vöckerhaus von früher Den Wappen dran Und seht jetzt mal Den Ausblick Den ich von hier oben Auf den See Leider ist heute bewölkt Es hat auch noch nicht So vor langer Zeit geregnet Aber jetzt Das gehört ein bisschen dazu Und hier das grosse Schöne Schloss Leider ist das Saug geschlossen Ich bin da noch hinten her Ich weiß noch die Zugbrücke zu sehen Musik 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 Ein Wassergrabenmäher Der ist weg Musik Aus einer grossen Anlage Musik Ich bin verstehe Musik 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 Das ist die Anlage übrigens, das Schloss wurde schon mal zerstört und dann wieder aufgebaut. Jetzt noch mal einen Blick auf den Neuenburger See raus. Übrigens da unten, wo die Radfahrer sind, da bin ich soeben gestartet. So, jetzt werde ich die Anlage wieder verlassen und werde mit meiner Wanderung weiterfahren. Ich hoffe, dass das Wetter hält, weil er hat nicht so gutes Wetter gemeldet für heute. Es hat auch schon in der letzten Nacht geregnet. Ich schaue einfach mal, was das heute bringt. Das ist ein schmuckes, kleines Dorf, so mache ich. Da noch ziemlich bergauf. Das ist wirklich sehr kleines Dorf mit kleinen Schmuckenhäusern. Einen Blick auf den Machigü. Da ganz unten bin ich gestartet. Blick über den Neuenburger See. Die andere Seite mag man halt nicht so gut erkennen. Übrigens, von hier aus wäre auch eine schöne Fernsicht zu den Schweizer Alpen. Jetzt bin ich im ersten Hochtal angelangt. Ich hoffe, da hier oben, mag man den Jura, den Höhenzuge kennen. Und übrigens hier befinde ich mich noch im Kanton Neuenburg. Das war übrigens früher ein Fürstentum und ist relativ spät zur Schweiz gekommen. Und hier oben, an diesem Wald entlang, da oben, geht die Kantonsgrenze zum Kanton Watt. Ich werde also hier schon bald wieder in den Kanton Watt reinkommen. So, jetzt muss ich da diesen Bogen machen und gehe jetzt da hier durch diesen Weg. Da bin ich jetzt bereits über die Kantonsgrenze. Hier nochmal ein Blick in den Kanton Neuenburg. Wie gesagt, hier befinde ich mich jetzt wieder im Kanton Watt. Ein ziemlich ausgefaschener Weg. Da muss ab und zu ziemlich Wasser runterkommen. Weil sonst ist es sehr schön hier oben. Auch die Vogel stimmen. Es ist ganz schön. So in der Natur draussen zu sein. Da hier von mir wäre der Jura. Sieht halt leider nicht, er ist voll im Nebel. Da gehe ich jetzt dann noch ein bisschen rauf. Und da hier schon wieder ein Dorf. Und da hier unten wäre der See. Leider sieht man von dem nichts zu stark im Dunst und Nebel. Schade. Eine Kuhherde. Ich bin nicht wieder so in einem aufgelegenen Dorf. Da muss ich jetzt geradeaus hoch. Ich bin da übrigens auch schon aus 748 Meter. Das ist schon ziemlich weit oben. So jetzt geht es da hoch. Jetzt habe ich schon ziemlich höher gewonnen. Da weit, 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 weit unten wäre der See. Leider, wie gesagt, sehe ich ihn heute nicht. Dafür ist es nicht so warm. Sehr angenehm zum Wanderen heute. Da bin ich mich jetzt an der höchsten Stelle von meiner heutigen Wanderung. An dem Bach werde ich jetzt dann auch ein bisschen entlang gehen. Auf, glaube ich, 941, 14 Meter über Meer. So, ein kleines Rinnsaal. Das ist so gross. So, jetzt geht es doch noch ein wenig rauf. Ich bin noch nicht ganz am höchsten Punkt angelangt. Aber schon fast. Geht nicht mehr weit. Da unten hat sogar noch ganz, ganz wenig Schnee. Da oben habe ich jetzt meinen höchsten Punkt erreicht von meiner Wanderung. Ich bin auf 961 Meter oben. Und normalerweise hätte ich jetzt da eine wunderbare Aussicht. Aber heute ist leider alles voll Nebel. Ich kann ja froh sein, dass es nicht regnet. Und hier noch den Jura hoch. Ich bin da jetzt schon ziemlich weit hochgekraxelt. Und da nochmal einen Blick nach unten. Da drüben, durch diesen Wald, bin ich hochgekommen. Und jetzt gehe ich hier wieder zum See runter. Das ist da ganz unten. Ein grosser Hof. Da weiter unten wäre der See. Schöne Aussicht da oben. Da drüben, dieser Wald, wo ich hochgestiegen bin. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Die Kirche, den Kettereise. Das ist von flour. Ich bin da oben. Der Kettereise. Da unten ist der Genfesee, da werde ich jetzt runter gehen, da hier geradeaus bei diesem Dorf war ich auch schon, dann bin ich da diesen Hügel hoch gewandert und jetzt durch dieses Tal da oben runtergekommen und da oben sieht man noch mal das Dorf Broma, aber das in der Schweiz, nicht in Frankreich und hier wäre der Jura, da sieht man leider nichts. Übrigens befinde ich mich hier immer noch im Kanton Watt, aber dann da unten kommt die Grenze, ich zeige es euch dann wo. Da oben noch einmal Provence, dieses Tal da bin ich jetzt runtergekommen, diesen Jura-Hügel bin ich hoch gestiegen und hier befinde ich mich jetzt auf der Kantonsgrenze, wieder Neuenburg-Wattland. Da befinde ich mich jetzt schon wieder im Kanton Watt. Und da hier unten kommt schon wieder das nächste Dorf. Da diese Häuser da, das ist auch noch interessant oben. So wahrscheinlich Ferienhäuschen. Und unten, ich hoffe, dass man den See erkennen mag. Mal einen Blick zurück. Schönes Dorf, und da hier unten wäre der See. Man sieht ihn ein bisschen, sogar das andere Ufer. Jetzt habe ich einen interessanten Abstieg. Jetzt geht es hier runter. Jetzt fängt der Abstieg durch die kleine Schlucht an. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Das kann glatt sein, das kann glatt sein. Und da unten diese riesigen Steine. Und da noch eine schöne Brücke. So, jetzt geht es wieder weiter da runter. Da hinten greppen. Und ein bisschen glatt. Da wirklich ein bisschen aufpassen, wenn es runterfällt. Da ist der Bach ziemlich schön eingegraben. Das ist interessant da hoch. Und da geht es schon ziemlich weit runter. Der ist da hier in diesem Hang entlang. Das ist schon fantastisch. Diese Graben da, das da runter geht. Das ist echt Palme. Steiler Graben da. Aber schön. Ich schau. Das ist echt an. Ich schau. Sorry. Ich schau. Ich glaube, dieser Abstieg rendiert sich wirklich, hier durchzugehen. Das ist schandbar glatt, da muss man wirklich aufpassen. Es hat noch erst geregnet. Ich habe nicht gedacht, dass da ein solcher Graben wäre. Ich bin so froh, dass ich da doch noch durchgehe. Das ist sogar noch eine Sitzgelegenheit. Da geht es ziemlich schon runter. Da auch noch eine Sitzgelegenheit. Ziemlich wilde Landschaft da hier. Schön. So, jetzt muss ich hier absteigen. Das da runter. Es ist einfach ein liebliches Tal. Ganz schön. Und da der Weg ist auch wieder besser. Jetzt habe ich einen ziemlich steilen Abstieg. Jetzt geht der Höhe wieder auf. Aber das ist auch schön. Es gibt Abwechslung rauf und runter. Da hinten sind noch Wasserfälle. Kleine. Und jetzt geht es da hier wieder weiter. Es ist immer interessanter. Da geht es jetzt wieder ziemlich steil runter. Und kann auch wieder glatt sein. Das ist auch eine nasse Stelle. Da unten der Bach. Da kommt auch noch ein Bach raus. Wie diesen kleinen Wasserfall. Da ist doch schön. Es ist nicht groß. Aber es ist wirklich ganz schön da. Und hier geht dann dieser Bach runter in den anderen. Da unten ist jetzt schon weggekommen. Da ist ein grösserer Teil abgebrochen. Das ist doch ziemlich ein wilder Bach. Ganz eine wilde Gegend. Aber es ist schön da hier. Da muss man einfach aufpassen. Das ist der Weg ein bisschen glatt. Und da kommt wahrscheinlich auch ab und zu Wasser runter. Jetzt momentan ist er trocken. Interessante Farmpflanzen. Und da unten ist der Bach. Ich bin da scheinbar nicht mehr auf dem Original Wanderweg. Früher ist er hier unten durch. Jetzt geht er oben zum Schloss. Weil hier befinde ich mich jetzt gerade unterhalb vom Schloss. Das ist da oben irgendwo. Jetzt bin ich da wirklich in einem Graben unten. Das ist ein Teil vom Weg. Es ist abgerutscht. Aber es ist immer noch sehr romantisch. Mir gefällt es trotzdem. Einfach ein bisschen aufpassen dadurch. So, da befinde ich mich jetzt wieder auf dem offiziellen Wanderweg. Und kann also dem entlang. Der ist neu angelegt worden. Und macht da hinten diese schwierige Passage. Kann man da umwandern. Soll doch immer drauf verlassen. Jetzt ist gerade ein bisschen Regen übers Land gezogen. Ganz leichter Regen. Jetzt seht ihr so eine Passage, die ein bisschen schwierig ist. Da führe ich es hier wieder schön. So romantisch. Noch eine kleine Brücke. Und da hier bin ich jetzt gerade gekommen. Das ist auch ganz interessant. Wie da der Bach Bogen macht. Und jetzt gehe ich da wieder über eine Brücke. Kleine. Das sind kleine Brücken. Und da hier oben ist ein grosser Fels. Das ist empfehlenswert für gut geübte Berggänger. Das ist der Weg ein bisschen schwierig. Und auch ein bisschen glatt. Wahrscheinlich wäre der Weg im Sommer besser zu machen, wenn es trocken ist. Und die Steine nicht so glatt sind. die Steine nicht so glatt sind so glatt sind. Wo ist die Schwung? Das ist die Schwung, die Santos, der Größen nicht so glatt. Ah, das Schloss da oben, da ist jetzt das Schloss. Da unten der Bach. So, ich bin vor dem Markt wieder angekommen. Jetzt dann bei der Haltestelle schon wieder. Und habe jetzt dann schon bald wieder einen Bus nach Hause. Da vorne ist es doch ziemlich warm. Ich gehe jetzt über die Strasse. Und da hier vorne kommt nochmal der Bach, an dem ich jetzt entlang marschiert bin. Da unten ist der, das Rinnsal. So, jetzt geht es da mal ein bisschen hoch. Da hier habe ich übrigens die tiefste Stelle in der heutigen Wanderung. Und da hier bin ich heute Morgen hoch. Und oben noch das Schloss. Da vorne ist meine Haltestelle. Und da geht es jetzt dann wieder nach Hause. Und da geht es dann wieder nach Hause. Nochmal, einen letzten Blick zum Schloss hoch.